Leute, das sieht mega gut aus. Spielen wir ein Spiel, das heißt Form. To make the most of your VR experience before you play, please read any health and safety warnings in your VR headset manual. To begin, please press acknowledge below, machen wir. Keine Ahnung, was auf mich zukommt, ich glaube, das ist eher so ein Logik-Spiel. Schauen wir einfach mal kurz die Settings anschauen, Best Experience of Form Interactive Soundtrack. Also für den ersten Blick sieht das eigentlich richtig gut aus, muss ich sagen. Bin jetzt schon richtig gespannt, da ist schon der Anfang. Okay, play the main story. Okay, dann wollen wir mal, Splat 1, New Game. Um. Udin! Boah, sieht das gut aus. Gucken wir uns erstmal alles ganz genau an und hoffen, dabei nichts kaputt zu machen. Okay. Oh, hallo. Na gut. Dr. Eli, mindful laboratories cannot and will not allow this switch to a new device. to be activated due to the unfortunate consequences that occurred the last time that you have been useful. Ja gut, ja gut, ja gut. Machen wir schon. Dr. Devin Eli, administrative security card, ich weiß, was kommt da nahe. Welcome back, Dr. Eli. Beautiful day we're having. I'm calling and ready to help you unlock the mystery of the universe. You have one safe voice message. Hey, it's me again. Remember, your wife, Sam. I was hoping we could see that meteor shower tonight. 24 August 2011. If you're busy with work, it's okay. I know you can solve anything you put your mind to. Still, just remember to come back to us when you're finished. Bye. Schönes Hemd übrigens. Here's your project update. Ionospheric conditions optimal. BLF range 3 to 30 kilometers. Coding frequency established. Chirono... Ha, geil. Oh, schön. Gefällt mir. Er auch? Ne. Witzig. 0% complete. That could be better. Maybe you should get to work. Okay. Nehmen wir mal diese Sachen. Nehmen wir mal diese Sachen. Und los. Disabling security system. Recommended. Okay. 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 Dr. Eli, an urgent message has arrived from facility director Manez. Hello. Hello. Manez. I understand. Badass. I know. I'm just your boss. But any plan to tell me what's so special about this one? Time is short. And if we're wrong on this, it's over for us. Corporate is concerned about cost over us. That's a cool effect. Look. I know things are rough right now. I hope everything is alright. Hopefully you make a breakthrough. I want a status update later. Now would be a great time for one of those save the day Savant insights you're so famous for. The meteorite sample is ready on your right. What is it? Praiseعtle. Oh my God. 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 Oh goodness. Auch nicht. Na gut. Was ist denn das? Wow. Mathematik. Ja, das war klar. Das war klar. Wer hätte das gedacht, dass genau das funktioniert? Yes. Bist du sicher, Dr. Eli? Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht so ein kleines Spiel ist. Nichts Besonderes würde ich jetzt sagen, aber es sieht richtig gut aus. Und ich glaube, das ist auch was Komplexeres. Manual Kontrollen aktiviert. Es ist dein Zeit, Dr. Eli. Okay. Ich bin Forscher. Ich kann das. Das haben wir alles im Studium schon gemacht. Okay, das ist früher im Studium nie passiert. Okay, das ist früher im Studium nie passiert. Wow. Nice. Where am I? Okay. What is this? I can see my own thoughts. Fascinating. Wow, sieht das geil aus. Richtig gut. Ja, das war zu schnell. Wow. What the fuck? Hey, you're ready now. You can do this. Sam? Sam? Wow. Ja, ich glaube, das wird so ein Puzzle-Rätsel-Spaß. Ah, das wird gut. Okay. Das erinnert mich irgendwie an Alex. Oh, das ist der Mittelpunkt. Okay, eins ist der Mittelpunkt. Und zwar, das ist der Mittelpunkt. Und zwar, das ist der Mittelpunkt. Leute, das sieht mega gut aus. Also für das, was ich gedacht habe, das ist irgendwas unspektakuläres, ist das echt der Wahnsinn. Mal gucken, wie ist das aufgebaut? Ja, da fehlt ein Schlüssel. Ich sag euch, MEGA! Irgendwie wie The Room. Obwohl The Room ja auch ein eigenes VR-Erlebnis hat, soweit ich weiß, was ich mir wahrscheinlich auch demnächst besorgen werde, ist es schon sehr ähnlich und eigentlich ganz cool. Mehr als cool, muss ich sagen. Richtig gut. Schatz mal, ich muss hier die Teile verbinden. Ja, Rätsel, hm? Ja, das ist halt blöd, die laufen nicht unbedingt unabhängig voneinander. Ja, eigentlich fehlt hier noch ein drittes, äh ein viertes. Hm. Mal die andere Seite angucken. Ich habe drei Arme zu bewegen. Normalerweise hier. Hier. Und da ist auch eins und das bewege ich. Hm, irgendwie wäre das nicht so, wie ich möchte. Wo ist er anfangs, ist die Frage. Bin ich vielleicht irgendwas vergessen? Nee. sind Sie müh? Nein. innen- Das ist schon mal gut. Geschafft. Wahrscheinlich mehr zufällig als logisch. Weiter bewegen, nein. Das ist richtig gut gemacht. Okay, ich muss die wahrscheinlich so machen. Meine Hände gefallen mir. Nicht nur, weil ich auf Polygone stehe. Das ist wahnsinnig, dieses Spiel. Auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. Das ist ja jetzt nur ein Puzzle. Das ist jetzt nicht wirklich mit Szenerie oder so. Es ist wirklich gut gepolished. Was ist das? Eine Fernbedienung. Was man auf Ideen kommen muss, um sowas zu designen. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich baue irgendwas Großes. Das steckt nicht richtig. Okay. Jetzt werde ich irgendeine Riesenwaffe bauen. Okay. Das geht nicht. Wahrscheinlich hier. Und hier. Okay, 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 I see. Äh, das. Und hier. Okay. Hier haben wir zwei. Äh. Äh, sorry. Okay. 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 Okay, so langsam übertreibt hier ein bisschen. Oh Gott, nee, oder? Okay, wir erst mal sortieren hier. Alle gute Dinge sind drei. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das kommt hier hin. So, das ist scheinbar richtig. Irgendwie hier, das, das, das. Hm, tricky. Das ist es scheinbar nicht. Aber auf jeden Fall kommen. Kommt das hier hin? Ah, okay. So passt es rein. Ich hoffe, das war es jetzt. Nicht noch mehr. Ich glaube, das war es. Was geht jetzt? Ach so. Wieder, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein Radiosender. Ein Scepter. Ein Scepter. Ich tue, du? Ich tue. Ich tue. Du? Du? Ich tue. Ich tue. Ich tue. Das ist gut. Danke, Doctor. Er hat sich immer wieder geblieben. Ein Tag, er wird zu weit gehen. Der Beste der Schmerzen in seinem Gehirn ist weg. Aber wir sehen eine dramatisch erhöhte Neural-Aktivität in der leften anterio-temporal lobe. Viel mehr als wir erwähnen können. Er ist wunderschön. Honey, kann ich mich hören? Devin, du bist in der hospital. Du hast ein accident. Devin? Devin? Ich bin doch Devin. Ich bin doch Devin. Putest du all auf das? Hey, nicht nur da. Ich bin da. Ich bin da. Kein Punkt in der Vergangenheit. Sam? Warte! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Und zum nächsten. Ja. Ich bin da. Richtig gut. Das Team ist Familie, somehow. Wenn ich mir vorstelle, das ist die Zukunft des 3D-Kinos. Mega. Okay. Also im Puzzlen bin ich ein Weltmeister. Habe ich mir selber mal gesagt. Habe ich gesagt. Das kommt auf jeden Fall nicht dahin. Doch, natürlich kommt das dahin. Ne. Da kommt das dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Erst mal schön die Ränder machen. Das kommt dahin. Und dann bis sie... Oh, das kommt. 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 Da kommt das nicht hier hin, da kommt das hier hin, ist das ein Eckding, das nicht da hinkommt, auch nicht da hin, Mensch Alex. Samal. Mensch, es geht da noch einmal. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. ich hoffe ich muss jetzt in dieser dunkelheit kein puzzle bauen ist ein bisschen dunkel ich habe jetzt zwei kann man die dinger kaputt machen ja ja UNTERTITELUNG So, yeah, I see Yeah Trapped again Signals, frequencies, waves So your job is to listen to utter space It's funny, we can search the stars above But we are more cut off from each other than ever Just have hands in the air Too long At least eyeing the stars above So the stars above They come to the stars above O'er the stars above We are blue But we are not blue Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh fuck 3-Eck 4-Eck 5-Eck 4-Eck 5-Eck 5-Eck 3-Eck 5-Eck Noch ein Eck 4-Eck 3-Eck 5-Eck 5-Eck 3-Eck 5-Eck 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 und reicht, immer 3 jetzt vielleicht? ich bin immer noch der Meinung, das ist irgendeine Waffe die ich baue irgendein Tessarakt oder so irgendwas ist da drin nochmal? nochmal? nochmal das gleiche? das sieht jetzt anders aus irgendwie muss ich jetzt das Teil, aha ja Na komm, geh rein. Achso, wahrscheinlich. So. Für immer noch ein bisschen kleiner. Noch eins. Ah, ja, okay. Drüllen. Sehr schön. Ah, das war schön. The signal is calling to me. Entschuldigung. Oh, okay. Oh, okay. Interessante. Nächste ist wahrscheinlich. Wie immer, alle gute Dinge sind drei. Ich hoffe, du findest es. Oder hörst du es. Das ist meine Antwort, die du schaust. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du schaust die heavens für Antworten. Würde du auch hören? Oder würde du etwas zurück sagen? Wieder auseinanderziehen. Excalibur ziehen. Boah, wenn das nicht jetzt zu schwer wäre. Naja gut, solche Spiele hatten wir genug. Das kommt da rein. Okay. Ich stecke jetzt einfach irgendwo rein. Ich glaube, das ist falsch. Wir haben wahrscheinlich hier verschiedene Tiefen. So. Okay. Okay. Komm Know. Okay. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was sich das jetzt... Blau muss es sein wahrscheinlich. Orange. Grün. Rot. 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 Grün. Rot. Blau. Orange. Grün. Rot. Blau. Orange. Rot. Was? Ich habe es vergessen. Sorry. Blau. Orange. Grün. Rot. Wow. So schön. Orange. Grün. Blau. Rot. Orange. Grün. Rot. Grün, Rot. Blau. Orange. Blau. Green. Grün. Ro. Orange. Ja. Was? Ja, auffassen. Grün, rot, blau, grün. Ja. Und das Letzte. Alter. Das ist echt VR. Das ist echt ein VR-Erlebnis. Nochmal. Rot, orange, rot, orange, grün, blau. Roh, 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 roh. Aber jetzt. Und jetzt. Gitarre spielen oder was? Gut, Gitarre ist falsch. Ja, schon fast sind die Gitarre. Vom Klang zumindest. Der Orbelesk. Das Signal war nicht wie wir noch nie gesehen haben. Die Lieden waren auf die Charts. Sie wissen, wo das Ding kam? Wir sind nicht zu wissen. Es ist über unsere Pay-Grade. Being this close macht mich nervös. Dr. Lawson und die anderen noch nicht noch nicht recovered yet. Der Obelesk scheint zu affecten von adversem. Except ihn, natürlich. Shh, quiet. Hier kommt er. Morning, Dr. Eli. 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 Ja. Devin Eli. Irgendwas ist anders. Was? Should I cancel your current experiments and schedule a visit with our resident physician? No. Very well, Dr. Eli. I'm sure Mrs. Eli will be thrilled. Irgendwas ist anders. Mirاف! Irgendwas. Geh! In diesem installment Park. Se Pinker! Murp também! Nachocaly. Oh ja! Erger! Schal sch盛像! gut ist. Gott Queen! This is not going back. I almost thought we were back. I thought I could be wrong or something. I probably knew we were not back. Devon Eli. Brilliant scientist. Struck by genius. Even so, you could not possibly comprehend. Oh, Gänsehaut. Richtig gut. Richtig gut. Props an die Entwickler. So muss VR sein. War zwar ein kurzes Vergnügen, aber irgendwie passt es auch, dass hier das Ende ist. Ich bin aber noch mega Gänsehaut. Es ist richtig gut. Und vom Aussehen her. Es hat einfach alles richtig gemacht. Darauf einen Applaus. Ich danke euch. In dem Sinne verabschiede ich mich auch von euch. Und auch von euch hat es gefallen. Wenn ja, natürlich wieder Daumen hoch. Lasst einen Kommentar da. Abonniert den Scheiß. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst einen Like da und abonniert den Fuchs. Tan Rei. Vor.